Was geht ab Freunde? Herzlich willkommen zum vierten Advents, ja Beginnerguide zum vierten Teil. Nachdem wir uns jetzt mit den Strategien beschäftigt haben, mit dem Thema Mindset beschäftigt haben, mit den Grundlagen des Tradings geht es heute an das Eingemachte und zwar werden wir den ersten Trade setzen. Und zwar werden wir jetzt mal ganz kurz die Charts analysieren, was können wir überhaupt machen, was haben wir jetzt zuletzt gelernt immer und danach werden wir jetzt unseren Trade setzen. Und zwar fangen wir jetzt ganz kurz mal an, bevor wir starten, lasst doch dem Video gerne noch ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, gerne einen Kommentar da lassen. Und wenn ihr mich unterstützen wollt, Link wie immer unten in der Videobeschreibung zu BingX. Darauf werden wir jetzt auch unseren ersten Trade setzen und jetzt würde ich sagen, genug Eigenwerbung gemacht. Jetzt starten wir durch. Wie gesagt, wir haben momentan so einen Chart bei ungefähr 17.000 US-Dollar. Wir haben gelernt, okay, wir ziehen mal das FIP-Level in Trendrichtung. Dann sehen wir, okay, wir haben unser Golden Pocket bei 17.000 US-Dollar. Wir sehen, ah, okay, wir haben davor noch so einen Bereich, wo eine ehemalige Ineffizienz war. Aber wir sehen auch hier das letzte Hoch. Aber, und jetzt kommt es wieder darauf an, wo ist das Volumen angesammelt. Und da gehen wir jetzt mal ganz kurz in den 1-Stunden-Chart, seht ihr hier unten ganz gut. Hier hatten wir ordentlich Volumen und die Candle davor auch. Und danach werden wir jetzt unseren Trade setzen. Ist zwar jetzt wirklich nur ganz grobmaschig hier, was wir jetzt machen, aber so grundsätzlich sollte man dann halt rangehen. Wir sehen auch hier unten den Abtrend. Das ist natürlich auch sehr wichtig, um unseren Stop-Loss zu setzen. Und der liegt momentan genau hier am 0,786er. Das heißt, wir werden unseren Trade jetzt setzen bei ungefähr 17.022 US-Dollar. Mit einem Stop-Loss auf jeden Fall unter den Abtrend bei ungefähr 16.925 US-Dollar. Wir hätten dann einen Risk von ungefähr, wenn wir jetzt kurz da reingehen, von ungefähr 0,5%. Das ist absolut im Rahmen. Und was wir natürlich auch machen werden, wir werden hier keinen riesen Hebel setzen. Weil darauf kommt es nicht an, Thema Mindset, es kommt nie darauf an, wie groß der Hebel ist, sondern wirklich wie eure Strategie ist und wie ihr dann euer Risk Management nämlich timet, um nochmal so ein bisschen Rückschlüsse auf die anderen Videos zu setzen. Ja, und jetzt gehen wir eben zu BingX. Wie gesagt, Partnerbörse, Link unten in der Videobeschreibung. Ist relativ easy dargestellt, so wie eigentlich jede Kryptobörse. Ganz einfach, ihr klickt dann entweder auf Spot, was ihr halt machen wollt, weil ihr wisst ja, es gibt Unterschiede zwischen Spot und Hebel Trading. Entweder verkauft ihr Spot und kauft dann unten wieder Spot nach, das wäre dann Spot Trading. Oder ihr fangt wirklich das Traden an. Und dann könnt ihr euch hier oben, wie gesagt, ein bisschen rumklicken, entweder Spot oder Derriate und wir gehen jetzt auf Standard Futures. Und dann öffnet sich dieses Bild. Ihr seht hier ganz normal euren Chart. Den könnt ihr, wie gesagt, auch ein bisschen rumschieben, wie ihr das machen wollt, also welcher Timeframe und so. Wir haben ja uns jetzt vorher schon bei Tradingview angeguckt, wo wir Long, wo wir unseren Entry setzen und unseren Stop Loss. Und genau so werden wir das dann eben machen. Wie gesagt, ich würde nicht auf den Exchanges, auf den Plattformen, klar ist auch Tradingview integriert, aber es ist halt nicht die Anforderung, wie Tradingview halt bietet. Deswegen würde ich euch raten, immer parallel Tradingview aufzuhaben und da auch nur die Trades zu setzen. Aber, und noch jetzt ein wichtiger Tipp, wenn ihr zum Beispiel nicht bei Bing XTradet, sondern bei Binance, dann setzt euren Entry beziehungsweise nehmt auch die Binance Charts, weil das ist ganz, ganz wichtig. Wir sehen immer minimale Schwankungen auf den Börsen und diese minimale Schwankungen könnten natürlich längerfristig Auswirkungen haben. Deswegen ganz, ganz wichtiger Tipp, die Börse, die ihr benutzt, da nehmt ihr die Charts her beziehungsweise danach legt ihr auch euren Stop Loss beziehungsweise euren Entry. Weil jede Demandzone, wo wir auch im Strategie-Video drüber gesprochen haben, jede Demand, Supply, kann minimale Abweichungen haben und somit kann natürlich auch das Golden Pocket immer ein bisschen Abweichungen haben. Und wir haben ja gelernt, zum Beispiel beim Golden Pocket, wir gehen nicht direkt am Golden Pocket rein, wir gehen minimal davor rein, um auch solche möglichen Börsenschwankungen eben auszugleichen. Und genau das werden wir jetzt eben machen. Wir haben gesagt, okay, wir blicken nochmal ganz kurz zurück. 17.022 US-Dollar über dem Golden Pocket oder 17.023 machen wir jetzt einfach mal. Wir gehen hier drüben, wir wollen eine Long Order machen. Das heißt, wir klicken hier drüben Long. Ihr könnt natürlich auch Short, je nachdem, was euer Setup natürlich hergibt. Wir wollen jetzt aber Long, ich habe jetzt hier mal 35 US-Dollar rübergezogen und dann haben wir gesagt, okay, wir geben pro Trade maximal, ich sage jetzt mal 5 bis 10% Risk ein. Darüber haben wir ja drüber gesprochen. Jetzt mal als Beispiel, wir machen jetzt hier einfach mal 10%. Das wäre, wir würden jetzt hier mit 3,50 Long gehen. So, und dann stellen wir den Hebel ein. Ihr wisst, wir haben einen Risk von 0,5%. So, wenn umso höher der Hebel ist, desto mehr verlieren wir natürlich. Wenn wir jetzt hier natürlich 10x machen, ja, dann verlieren wir halt bei 0,5 mindestens 5%. So, wir haben aber auch gelernt, 10%, also 10er Hebel für den Anfang machen wir nicht. Wir machen jetzt einfach mal einen 3er Hebel. Es ist völlig egal, wie der Hebel ist. Wichtig ist, vor allem am Anfang, persönlich würde ich sagen, verbietet es euch selber über 10x zu gehen. Macht es einfach nicht. Macht wirklich diesen 3er bis maximal 5er Hebel, um überhaupt ein Gefühl für den Markt zu bekommen. So, dann setzen wir diesen Trade, beziehungsweise wir wollen ja eine Trigger Order, das heißt eine Limit Order. Wir gehen hier ja jetzt nicht direkt rein, sondern wir wollen ja erst bei 17.022 in diesen Trade rein, beziehungsweise 23, was wir gesagt haben. Deswegen wechseln wir vom Market Order auf Trigger Order, geben dann hier den Preis ein von 17.023 US-Dollar. Unsere Margin, wie gesagt, bleibt gleich. Den Hebel haben wir auf 3 gestellt und jetzt setzen wir natürlich gleich noch den Stop Loss. Und den Stop Loss setzen wir nicht prozentual, weil da bin ich jetzt ehrlich gesagt kein Fan, sondern wir ändern hier auf USDT und setzen dann den Stop Loss auf unsere Marke von 16.000, was haben wir gesagt, jetzt muss ich nochmal ganz kurz rüber lunzen, was ich hier gesagt habe, 16.930. So, machen wir dann auch so, 16.930. Wer will, kann natürlich auch schon gleich seinen Take Profit setzen. Würde ich aber erst machen, sobald die Order dann getriggert wurde. Also 16.930 Long Bullish und dann wird die Order gesetzt. Und jetzt sehen wir hier unten eben offene Orders, BTC, USDT, Long. Wir haben eine Margin von 3,50 Dollar jetzt hier gesetzt. Trigger Preis 17.023, also die Limit Order wird da abgeholt für uns. Und ja, momentan der letzte Preis sehen wir dann halt hier. Okay, also so mal kurz und knapp. Ja, und mehr gibt es eigentlich gar nicht zu sagen. So, wenn ihr jetzt natürlich die Order wieder löschen wollt, sagen wir, okay, der Kurs ballert jetzt plötzlich auf 18k, weil man sollte natürlich solche Limit Orders nie zu lange einfach offen lassen. Dann geht ihr einfach hier auf rückgängig machen, ist gut auch übersetzt hier übrigens. Geht ihr einfach rückgängig machen und fertig. Und schon habt ihr hier euren ersten Trade gesetzt. Wie gesagt, wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, eure Strategie, nee, meine Strategie sagt jetzt einfach, okay, nee, ich würde jetzt gerne Long gehen, dann ändert ihr das einfach auf Markt Order, geht jetzt rein, aber natürlich immer ein Stop Loss. Also Leute, Stop Loss ist Pflicht einfach. Ihr müsst euch also nicht einfach blind Long reingehen, sondern wirklich überlegen, wo gehe ich Long, wo gehe ich Short und danach geht es dann auch. Also nur so als kleiner Tipp nochmal, so macht ihr das. Ich mache jetzt die Order einfach mal rückgängig, weil es jetzt einfach nicht passt. Das war jetzt einfach mal ein gutes Beispiel, jetzt einfach für kurz und knapp, aber wir wissen jetzt nicht, was die nächsten Tage passiert. Deswegen, ich arbeite persönlich wenig mit Limit Orders. Ich versuche im Market immer reinzugehen, das heißt jetzt direkt reinzugehen, anstatt mit einer Limit Order zu arbeiten. Aber wie gesagt, es gibt, jeder hat das Fable, manche arbeiten gerne mit Limit, manche lieber mit Market, weil es kann natürlich sein, die Limit Order wird auf den Dollar genau abgeholt und du bist genau an diesem Moment nicht am Handy dran oder am PC oder sowas und kannst deine Market Order nicht abholen. Aber wie gesagt, da hat jeder sein Fable, ich rate hierzu nichts, hat beides seine Vor- und Nachteile. Für mich geht es heute einfach nur darum, wie zeige ich euch das, wie ihr eine Market Order setzt. So, was bei BingX noch ein bisschen interessant ist, ihr könnt, wenn ihr jetzt Standard Futures macht, was wir jetzt gerade gemacht haben, könnt ihr den Hebel nicht umstellen, was persönlicher Meinung für euch jetzt am Anfang vielleicht gar nicht so verkehrt ist. So kommt ihr gar nicht in irgendwelche Situationen, wo ihr sagt, oh ja, ich erhöhe jetzt den Hebel von 3 auf 100X oder so. Ihr könnt hier teilweise sogar mit 150X handeln. Absoluter Schwachsinn, macht es bitte nicht, lasst euch da nicht verlocken. Wenn ihr den Hebel oder ein bisschen mehr Erfahrung habt und den Hebel dann wirklich, ihr habt Take Profit 1 erreicht, wollt Margin, also halt euren Einsatz rausziehen, dann könnt ihr Perpetual Futures machen. Dort könnt ihr euren Hebel nochmal nachträglich ändern, aber wie gesagt, macht für den Anfang einfach Standard Futures. Nicht überhebelt in den Markt, setzt euch einen Plan, Standard Futures, ihr habt einen Dreierhebel, fertig aus. Wenn ihr dann mehr Erfahrung habt, ein bisschen profitabler seid oder sage ich jetzt mal 0 auf 0 rauskommt, ihr tradet ziemlich viel und so, dann geht vielleicht ans Perpetual Futures ran, sieht im Ding nicht anders aus. Also seht ihr auch hier, klar, sieht minimal anders aus, auch hier seht ihr dann statt Trigger Order, Limit Order seht ihr dann hier, ihr habt aber auch die Möglichkeit Trigger Order. Also es sieht vom Ding her relativ gleich aus, nur ihr könnt halt wie gesagt nachträglich noch euren Hebel verstellen, würde ich euch aber einfach nicht raten, zumindest nicht am Anfang. Gut, und damit ist die Reihe an ihr Ende gekommen. Wir haben den 4. Advent, wir haben uns jetzt alles angeguckt, das war jetzt heute nochmal ein kurzes Video einfach, aber wir haben uns angeguckt, was sind die Grundlagen, was braucht ihr für den Start? Wir haben gesehen, ihr braucht, also Buch wäre gut, das große Buch der Markttechnik, lest euch die Grundlagen durch, dann geht es ans Mindset, Mindset schon mal stärken, vielleicht auch parallel dann mit den Strategien, auf jeden Fall wichtig ist dieses Thema Mindset und ich habe das ganz, ganz oft gehört von vielen, ey, Mindset ist so ein Thema, was riesig unterschätzt wird und da stimme ich einfach zu. Das ist das Thema, an dem ihr auf jeden Fall arbeiten müsst. Dann geht es an die Strategien, schaut euch das Strategie Video an. Ich habe von vielen gehört, man muss es sich mehrmals angucken, ist absolut normal. Du kannst nicht nur, wenn du dieses eine Video siehst, einfach traden. Es dauert seine Zeit, du musst üben, 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 aber am Ball bleiben, lass dich nicht unterkriegen. Jeder Trade, der in den Verlust geht, analysiere ihn nochmal, warum ist er da in den Verlust? Gut, wenn es News waren, ist es nochmal was anderes, aber warum ist er genau da in den Sobloss gelaufen? Seid euch dem im Klaren und dann schaut euch dieses Video an, wie ich einen Trade setze, relativ simpel. Wie gesagt, ich hoffe, euch hat die Reihe gefallen für euren Start als Trader. Würde ich mich riesig, riesig darüber freuen, wenn euch ein bisschen weitergeholfen hat. Das Feedback war phänomenal, also vielen, vielen Dank nochmal da dran. Und dann war es das von meiner Seite. Ich kann nur sagen, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, kommt gerne einerseits in die kostenlose Talk-Gruppe, andererseits in die kostenlose Signal-Gruppe. Lasst dem Video ein Like da, abonniert den Kanal, schickt das Video euren Freunden oder die ganze Reihe. Ich habe eine Playlist gemacht, Beginner-Guide, schickt das einfach weiter für jeden, der Traden lernen will. Würde ich mich riesig darüber freuen. Und ansonsten war es das von meiner Seite. Ich wünsche euch einen schönen vierten Advent. Es wird jetzt noch die nächsten Tage noch ein paar Short-Videos geben zu Chart-Pattern. Wie gesagt, der Adventskalender ist ja noch nicht vorbei. Wir haben ja noch nicht den 24. Und dann für alle, die jetzt keine Videos mehr schauen oder jetzt einfach nur noch üben wollen, wünsche ich euch schon mal schöne Weihnachten. Wir sehen uns dann trotzdem die nächsten Tage. Es wird jeden Tag ein Video geben. Und dann war es das von mir. Viel, viel Glück beim Traden. Wenn Fragen sind, einfach an mich wenden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Das war es von mir. Bis dahin. Ciao, ciao und stay crypto.